Hey Leute, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und wir machen heute den Auftrag die Rettung von Rokoko. Das ist ein kleiner Niffler, der verloren gegangen ist und den wollen wir einmal wiederholen. Ja Freunde, da zeige ich euch heute wie genau das funktioniert. Ihr könnt da auch noch eine kleine Nebenquest zusätzlich machen. Die packen wir eben auch noch hier rein, weil das ist ein Weg, sonst müsst ihr zu oft immer wieder an die gleiche Stelle. Und das wollen wir natürlich nicht. Also am ersten sprechen wir mal mit der Agnes hier und die sagt uns dann, dass der Niffler weg ist. Wir nehmen also den Auftrag an und fangen dann an ihn zu suchen. Ja Freunde, da ist gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da und dann starten wir hier gleich direkt durch. Ich zeige euch jetzt eben noch, wo ihr genau diesen Auftrag findet. Die Rettung von Rokoko findet jetzt hier statt und da gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind aktuell hier in Brain Brunch und da muss man einmal diesen Auftrag starten, um den Rokoko eben wiederzuholen, den kleinen Niffler. So, da sind wir jetzt also. Hier kriegt ihr den Auftrag und theoretisch müssen wir jetzt erstmal ganz nach hier unten, wo ich das schon markiert habe, den unteren Bereich. Da müssen wir jetzt einmal theoretisch erstmal hin. Das sind ungefähr 900 Meter entfernt. Bevor ihr da aber hinfliegt, würde ich euch noch nahe legen, schnell noch eine andere Sache zu besorgen. Also, um die Rettung von Rokoko hier fertig zu machen, müssen wir natürlich da unten hin, aber wir besorgen uns jetzt erst nochmal eine andere Sache. Wir besorgen uns dann nämlich erst noch eine Schatzkarte, die befindet sich hier drüben auf der Karte, also kurz nach dem Wasserfall. Hier hinten ist so ein kleines Banditenlager und da können wir die Schatzkarte holen. Hier einmal den Punkt markieren und dann fliegen wir da nämlich zuerst einmal hin, damit wir eben nicht zu oft wieder in diese Höhle rein müssen. Da ist hier so ein kleines Banditenlager, Achtung, die Gegner sind schon etwas stärker. Ist aber nicht schlimm, wir schleichen uns einfach hier rein und holen uns hier die Schatzkarte her. Ja, das ist die Hippogreif-Schatzkarte und diese Schatzkarte können wir auch lösen, da wo jetzt der Rokko sich versteckt hat, der kleine Niffler. Fliegen wir jetzt also zu dem Punkt, wo wir hin müssen und das ist hier so ein Außenposten, so eine Ruine. Am besten ziemlich weit außen rum fliegen, damit euch die Gegner hier nicht sehen, es sind da relativ viele und versucht dann hier oben so einen Landeort zu finden. Von dort aus könnt ihr dann euch erstmal den Tarnungszauber aktivieren, damit euch die Gegner halt noch schlechter sehen. Und dann springen wir hier runter und hier an der Ecke ist eine Treppe, wo wir dann durch können und in dieses Versteck reinkommen. Henrietta ist versteckt, da müssen wir einmal rein, da hat sich nämlich der Rokko verlaufen quasi. Und ja, da gehen wir hier rein und dann kommt erstmal ein kleines Rätsel auf uns zu. Wenn ihr die Niffler Quest schon angenommen habt, sind hier überall schon Goldstücke auf dem Boden, die uns quasi auch den Weg zeigen. Wir gehen erstmal hier rechts rüber, zünden die Statue an, die dreht sich dann um, da können wir uns eine schöne Kiste absnacken. Gehen dann gegenüber zu der Statue, machen da nochmal das gleiche, zünden die Feuerstelle hier an und da hinten befindet sich also der Würfel. Den schnappen wir uns einmal, ziehen den mit Akio hier rüber auf die zweite Plattform. Die linke Plattform ist eine Feuerplattform, die rechte Plattform eine Eisplattform. Also machen wir links Feuer drauf, rechts Eis und dann geht die Tür auch entsprechend schon auf. Keine Ahnung, wie der Niffler Rokko hier durchgekommen ist, aber wir sind dann in diesem Bereich, wo in der Mitte dieser Gargoyle ist. Und das ist ein Hippogreif, dem wir quasi damit, können wir diesen Schatzkarte lösen. Wir machen jetzt hier erstmal alle Gegner platt, die hier in der Nähe sind, rüsten dann unseren Eiszauber aus und können jetzt erstmal diese Schatzkarte lösen, die wir halt eben noch nebenbei geholt haben. Wir machen nämlich hier erstmal alle Flammen aus und können dann entsprechend den Schatz des Hippogreifen finden. Ja, machen hier die Flammen erstmal aus und nehmen dann einen Feuerzauber und schauen uns mal kurz an, was die Karte überhaupt gesagt hat. Die Karte zeigt uns nämlich genau diese Hippogreifstatue und sagt uns dann, welche Flammen wir da anmachen müssen. Ihr seht das hier unten, da sind die Flammen, die müssen wir halt entzünden, um einen Geheimgang aufzumachen. Ja, deswegen solltet ihr diese Karte schon vorher extra holen, damit ihr hier halt eben nicht nochmal hin müsst. Somit haben wir das hier dann auch schon gleich erledigt, zünden die Flammen entsprechend noch an. Ich habe jetzt hier eine zu viel angezündet, nicht schlimm, können wir mit Eis direkt wieder löschen. Gehen dann auf die andere Seite, zünden da noch die restlichen Flammen an und können uns dann schon einmal diesen Schatz besorgen, diesen Schatz abstauben. Und ja, dann haben wir das erledigt. Und die Schatzkammer ist dahinter, da geht gleich so eine Wand auf, wenn wir das hier jetzt noch löschen. Das machen wir einmal, zack. Und dann geht da hinten die Wand auf. Ja, da gehen wir rein, holen uns den Hippogreifschatz. Somit haben wir das schon mal abgehakt. Jetzt müssen wir natürlich nur noch den Rokko finden, der hier, Rokoko, so heißt er, der hier in der Kammer sich versteckt hat. Und wie gesagt, da könnt ihr den Goldspuren folgen. Ich mache das meistens getarnt, damit ich die Gegner nicht so sehen. Und ja, wir gehen dann einfach erstmal hier beim Hippogreif hier links hoch die Treppe und gehen dann hier rüber. Gegner habe ich entsprechend alle platt gemacht. Und jetzt müssen wir hier durch den Gang durch. Das ist so, wenn ihr da langläuft, zieht euch die Mauer irgendwie rein und ihr kommt da vorne dann wieder raus. Also legen wir da so einen Topf hin, der wird dann eingezogen und wir können dann einfach ganz normal durchgehen. Ja, wir folgen jetzt hier dem Gold und bei mir ist es tatsächlich schon offen, weil ich die Quest schon vorher gelöst habe. Gehen dann hier in den Raum rein und holen uns quasi den Niffler. Falls das bei euch noch zu ist, zeige ich euch natürlich auch gleich, wie ihr den Raum aufmacht. Wir schauen hier einmal, hier hinten hat er einiges an Gold liegen lassen. Das heißt, der Niffler ist auf jeden Fall hier im Raum, da ist er auch. Wir vereisen den am besten einmal, dann können wir ihn leichter fangen und holen dann unseren Schnapsack raus, um den Niffler eben zu fangen. So, das machen wir einmal. Und dann sind wir hier aber noch nicht fertig. Also ich zeige euch natürlich jetzt erst einmal, wie man den Raum aufmacht. Aber vor allem gibt es hier noch eine Schatzkarte, die wir mitnehmen sollten, bevor wir diesen Ort wieder verlassen. Also gehen wir also nochmal raus. Und ihr seht ja, dass ich hier diese zwei Steine schon liegen habe und die braucht man entsprechend, um das Ding aufzuschließen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kommt man die zwei Steine hierher? Links ist einer, der braucht diesen Luftzauber und rechts ist einer, der braucht den Feuerzauber. Der eine Stein liegt hier oben auf der Brücke, oben drauf. Den könnt ihr euch mit Akio einfach runterziehen. Und der andere Stein, der ist hier hinten in so einer Geheimwand drin. Der liegt also hier auf dem Boden. Ganz wichtig, hier in dem Raum gibt es noch die Schatzkarte zu den Glocken. Die solltet ihr hier einsammeln. Die müsste theoretisch hier hinten auf dem Tisch liegen, wenn ich mich noch recht erinnere. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Schatzkarte, die ihr mitnehmen solltet. Und das ist die musikalische Schatzkarte. Ja, die schauen wir uns einmal an. Da haben wir sie. Und das ist diese Schatzkarte, die gibt es hier noch im Raum zu finden. Und die solltet ihr euch natürlich noch mitnehmen, bevor ihr den Raum verlasst. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese löst, schaut gerne mal im Kanal vorbei. Da gibt es natürlich ein Video dazu und auch zu allen anderen Schatzkarten. Falls euch das interessiert, checkt das gerne mal ab und klickt euch da rein. Ja, ansonsten sind wir dann hier fertig. Wir können den Raum verlassen, hier hinten durch unsere Würfel platzieren und entsprechend benutzen, damit wir hier hinten durch die Tür, durch den Raum können. Den rechten Würfel also mit Feuer anschießen, den linken Würfel fliegen lassen. Ja, und dann sind wir hier eigentlich fertig. Können den Rokoko bei seiner Besitzerin abgeben und haben gleichzeitig auch noch den Hippogreif-Schatz gefunden. Also alles perfekt gelöst. Jetzt bleibt nur noch das Glockenrätsel und dazu schaut gerne mal am Kanal vorbei. Würde ich mich freuen. Und ja, hinterlasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo, wenn euch das Video geholfen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Guide, Leute. Würde mich riesig freuen. Ich sage bis dann, macht's gut. Adios und ciao, ciao.